Zuhause ist für mich so eine kleine WG in Eppendorf, wo ich mich sehr wohl fühle. Liegt eigentlich mittendrin einem doch sehr lebendigen Stadtviertel und wie gesagt, es ist auch für mich ein Ruckzugsraum, wo ich schön hohe Bücher lesen kann und wo ich vor dann auch ungestört bin. Ich hatte schon nur drei Fenster in meiner Wohnung, wo ich herunterblicke auf eine Kreuzung und da fühle ich mich mal wie der Kapitän auf der Brücke eines Schiffes. Und das ist für mich Zuhause. Zuhause bedeutet für mich zur Ruhe kommen, entspannen, auftanken im Kreis der Familie, neue Kräfte sammeln. Ja, für mich bedeutet ein Zuhause ganz schlicht und einfach Quelle meiner Kraft. Zuhause hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert, weil für mich ist Zuhause ein Rückzugsraum, in dem ich so sein kann, wie ich sein möchte. Wenn ich krank bin, dann gehe ich nach Hause, weil da geht es mir gut, da habe ich Schutz. Zuhause ist für mich ein Schutz vor Wind und Wetter, vor, ja, vielleicht auch vor anderen Leuten, vor Problemen auch und da kann ich mich einfach so geben, wie ich bin und mich wohlfühlen. Zuhause ist für mich nicht nur vier Wände, sondern da findet Familienleben statt, da lade ich Freunde und Gäste ein, da kann Gemeinschaft stattfinden. Brüssel bedeutet für mich Geborgenheit, Ankommen, sich wohlfühlen, heimisch fühlen, ja, Ruhe, Entspannung, Gelassenheit. Zuhause bedeutet für mich in erster Linie einen Ort zu haben, an dem ich weiß, dass ich da sein kann, dass ich immer wieder zurückkommen kann, egal wo ich hingehe. Und durch viel Umziehen ist mir auch gefallen, dass es eben sehr wichtig ist zu wissen. Es gibt einen Ort, an dem man zurückkommen kann. Ich bin in der Nähe von Nürnberg, zuhause, und für mich hat mein Zuhause einen besonderen Wert. Ich verbinde mein Zuhause mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern, die da herumtoben und sich wohlfühlen und spielen können. Ich freue mich mit meiner Frau den Garten zu bewirtschaften, gemeinsam Dinge zu unternehmen. Und ein Zuhause ist für mich besonders wertvoll, weil es für mich etwas mit Wärme zu tun hat, mit Liebe, mit Geborensein.